Musik 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 Richtig! Wie alt bist denn du schon? Drei Jahre! Bald bist du drei Jahre alt! Papa! Ja? Ich hab dich lieb! Den Armig! Oh, du kannst du nicht mal loslassen! Ach, du kannst du nicht mal loslassen! Nein! Papa! Komm, 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 komm! Nein! Gabelt ja auf dir der Käfer, ne? Ja, ein Laibel! Ein Laibel, nicht? Ja! Bravo! Hallo! Schau her! Sehr gut! Er liegt auf dem Land und sitzt und er freut sich und er weiß nicht, wie er nach Hause kommt. Dann, dann, dann sagt er und kennt aber nichts. Schaut er nach links, und er riecht und wieder nach links und wieder nach rechts, aber sieht er nicht. Jetzt schauen wir von vorne. Schauen wir uns ran hin. Haha! Ja, genau! Ja, das anrinkt! Ja, das anrinkt! Ja, das anrinkt! Schaut er nach unten. Schaut er nach unten, denn, der ist so wichtig. 1, 2, 3 Ich habe ihn. Wir sind am Meer. Wir haben gerade die Füße ins Wasser gesetzt. Das war sehr schön. Was kalt ist Wasser? Ein bisschen. Schau die Sonne. Sie haben die Füße schon abgedrückt. Sie haben die Füße schon abgedrückt. Sie haben die Sonne 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 schon abgedrückt. So, jetzt sind wir noch so schnell. Papa, wenn sie nass sind, dann können wir sie besser anziehen. Ach so? Ja, ich bin schon. Und schon ist das. Ja, das ist schon schön. Das ist groß. So, jetzt schauen wir mal. Was ist da? Was ist denn? Ja, hier sind wir schon sehr positiv. Das ist jetzt auch schon klein. Die Schwäche kommt. So stark ist die Flächen. Super. Ich gehe nochmal. Papa, so die Kugel. Papa, nochmal. Noch einmal? Okay. Gut, dann starten wir gleich. Ja. Ich liebe die Herbstzeit. Stürmt auf dem Stoppelfeld. Blättert Drachen, die steigen hoch in das Zimmelszelt. Blättert die Pfahlen von den Bäumen ab. Dummdi-da-di-dummdi-da-di-dummdi-da-di-dummdi-da-di-dummdi-da-di-dumm. Du, Katerka, du sitzt am Club. Hat der Grundsland doch ein Gang, sind wir nächst am Vorderrand. Stürmer, an dem dann wäre es etwas Fakt. Haaaah! Stürmer, wie dich schreien wir und dahinerinnen soll. Stürmer, wie dich schreien wir ein. Stürmer, wie sich immer nur um die Räume direkt zusammen befindet. Schreien von Stürmer, dir so die Kugel auf den Jungen tatsächlich an. Es ist ein Bernd, dass du dich auf jeden Fall understeigen. Wie lieb soll sie bleiben, dreimal so lieb. Das Problem ist, der Wind blastet uns immer die Kerzen aus. Wisst ihr was? Wir gehen da in den Vorraum. Wir gehen da in den Vorraum und in den Vorraum lassen die Kerzen aus, okay? Also, alle eben gehen mit. Das ist aber schön. Das ist aber schön von Sascha. Die Polly Pocket ist das. Polly Pocket, schau, da sitzt ein kleines Äpfchen drauf, Anna. Schau, ein Tigerbär ist das da. Anna, schau. Wann, glaube ich, ist das alles? Sehr schön. Ja, schau dir das an, die kleinen Papier, Anna noch. Bitte lauf sie zweimal. Anna schließt das Spiel ab, ja? Also, jetzt ist los. Alles fertig? Ja. Und eins, zwei, wow. Wow. Habe ich einen riesen Felsen in meinem Rucksack oder ist das die Anna? Anna. Ich glaube, das ist ein riesen schwerer Felsbrocken. Boah, da sitzen, glaube ich, drei Kinder drinnen, oder? Nein, ein. Ein Kind, nur das glaube ich nicht. Ein Kind ist schon so groß und schwer. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Fünf Jahre ist das Kind. Fünf Jahre ist das Kind, deswegen ist es schon schwer, schon wahrscheinlich. Ja. Hallo. Wir gehen, den Hofstaffel. Noch heiß? Ui. Wie geht's? Schau, wie brav die Katte ist. Ganz brav. Da sehen wir sie gar nicht gleich. Nein, Papa. Schau, wenn man da die Stange da runterfallen, kann man da runterfallen. Ja, da tun wir uns sicher, wie in diesem Kettel noch da runterfallen kann. Für euch hat der Wachstum noch immer noch nicht. Ja, ich hoffe, der wird nicht groß. Ja, ja, ich hoffe, der wird nicht groß. Super, aber der haltet sich gut fest. Er hat sich nicht gut, oder? Ja, ich muss schon. Ja, ich muss schon. Ja, ich muss schon. Ja, ich muss schon. Das hat ein normaler Mensch gehabt, da waren sie schon gestorben. Oder vielleicht ist das nachher gewesen, da waren sie schon ausgestorben. Ja, ausgestorben, da sind sie schon gestorben. Ja, ausgestorben, da sind sie schon gestorben. Ja, ausgestorben sie sind. Ja, das didcker. Das ist doch soell. Oh, nein. Die Flasche, ich rette dich. Ich rette die Flasche. Nein, Flasche, ich rette dich. Nein, ich rette dich vor der Wind. Nein, 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 nein. Die Flasche ist auf der Tiefe. Schön. Schau mal, Fotografier mal. Geh mir Blumen, Rapsblumen. Schau dir das an. Schau dir das an. Oh, Blumen. Wie schön ist das? Ganz viele. Rapsblumen. Schau dir das an. Schau dir das an. Schau dir das an. Ich hab die Mutter begraut. Das ist der Papa, der bei der Krösche ist. Das ist der Mama. Ja. Mama und Papa. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Oh, oh, oh. Hilfe. Warte, Papa. Dann putzt du mich da. Warte, schon witzig waren. Schöner Tag ist heute. Ja, ein Baby. Der Papa ein Baby. Schau mal. Schau mal. Das schaut aber lustig aus. Jetzt hat er zwei kleine Hörnchen. Zwei Zöpfchen. Der Papa einen Zopf für die Pippi Langstumpf. Zwei Zöpfel. Hm. Wie ein Baby. Wir haben jetzt die Pippi Langstumpf-Filme. Die ganzen. Ehrlich? Wow. Oh. Dann möchte ich gerne mal mitschauen, wenn sie mich lasst. Darf ich bitte jetzt Pippi Langstumpf anschauen? Ja, weißt du was? Wir setzen uns nachher gemeinsam mit der Helene hinein in den Film und schauen uns die Pippi Langstumpf-Filme an. Mhm. Welche magst du denn als erstes sehen? Bei den Piraten? Okay. Schauen wir uns dann die Pippi Langstumpf an. Die Helene? Oder die Anna? Helene. Die Helene sind wahrscheinlich ein Faschisten. Die Helene sind das allerschönste. Und dann geht's gut. Au au. Er steckt wieder auf den Bauch und auf die Füter und auf den Rücken und krrr. Jetzt brüsch deinen Kopf ins Spiel. Was macht jetzt der Kopf? Der bricht. Ne, das ist echt fürchterlich meißig. Jetzt wieder bei dem gerader Rücken, ja danke, jetzt ist es wieder gut, danke, oh der fällt auf die andere Seite, ups, krr, 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 kr Ich kann nichts mehr sprechen. Ich hab so was beim Mund, so was komisches. Was ist denn das? Ah, jetzt kann ich wieder reden. Wie süß ist das jetzt gegangen? Ne, es ist nichts. Komisches, verstehe ich überhaupt nicht. Hallo? Hey, wieso? Was stinkt denn da bei mir nicht bohren? Ist das ein Käse? So Käsefüße? Oh, ist das geheulich. Die Käsefüße sind da. Nein, nicht noch einmal, bitte nicht. Hilfe, ein Angriff. Ein Stinkerfußangriff. Das ist ja unerträglich, dieses Stinkerfußgestanke. Mein Mäuschen, muah, muah. Bitte bitte groß. Hallo, hallo. Oh, wie nicht denkt sie renk. Jetzt sind wir schon. So mein Papa, wie süß. Das ist richtig, der Herr Nielsen, genau. Sollen wir ihm irgendwas in die Hand geben? Was ist denn der Herr Nielsen? Banane. Banane? Und Kokosnuss, du da trinken. Und ein Zettel aus dem noch. Sollen wir ihm eine Banane in die Hand geben oder die Kokosnuss? nicht. Oh, so. Oh, so. Jetzt sind wir heute geblieben. Jetzt sind wir ruhig geworden. Das ist ja so. Und der stolze Vater. Ohne Alm schwimmt es schon, die Anna. Zeig mal die Füße her. Zeig mal die Füße her. Die ganzen Füße. Da sind wir am Kamp. Da hinten. Die Füße hat sie verfein. Hallo. Oh. Ja, hallo vorher. Hallo, Clementina. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie macht der Papa nicht alles nass? Hat der Papa gescheit? Oh. Mini. 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 Ist der Papa gescheit? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ist die Mama doof? Nein. Nein. Hat die Mama deine schönen Augen? Das ist gut. Das beißt im Bauch. So beißt du? So beißt du die anderen? Siehst du was? Siehst du was? Oh, was machen du mit der anderen? Oh, bitte brutal. Lass dich so weg schoßen, sagst du. Ui! Mini, Mini, Mini. Bist du die Mini? Nein, nein. Wer bist du? Wer bist du? Bist du die Anna? Nein. Bist du der Papa? Bist du der Papa? Nein. Bist du die Helene? Nein. Bist du die Helene? Nein. Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Bist du die Anna? Na. Nein, nein. Kannst du schon gehen? Nein, nein, nein. Kannst du schon gehen? Nein, 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 nein. Aber das stimmt doch gar nicht. Du gehst da schon sehr gut. Kannst du nicht gehen? Nein, nein. Kannst du nicht gehen? Kannst du gehen? Kannst du hier gehen? Mimmi, schau! Oh, Mimmi! Achtung! 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 Mimmi! Richtek? Wie mach ich kurz? Ja... Ja errichtek. Ziemlich! Aaaaah! Ist das nicht weg? Mimmi, diese Fooisse auch ins C çıktı. Hallo! Achtung! Hallo? Die Anna. Anna, schau her. Maria heißt. Ja, hilf mir! Und ich wünsche Herrn Pasquat, den einen sehr schönen Großhaus. Ich habe Niesmuschel und die können wir heute grafen, wenn wir wollen. Wenn wir wollen, genau. Jetzt wird es hier parallel gehen. Es war heiß. Ich werde zum Laufen gehen. Nein, so nehmen wir da an. Sie bewirkt sich nicht, ob sie laufen können. Gleich schnell. Das heißt, wir müssen die Augen anschauen, wie schnell sie sind. Und der Größe hast du scheinlich aufgesucht. Okay, auf die Plätze. Los, Patty. Geht schon. Oh, oh, oh. Auf und zusammenstoßen. Und weiter geht's. Ja, Sissi, immer auf den Kabel. So ein bisschen warten. Carlos, sehr gut. Mit der Sissi. Bravo, Sissi und Carlos. Bravo, sehr gut. Bist du fertig jetzt? Okay, Sissi fängt an. Und los. Los. Buuu. Das ist aber wirklich schön. Haben wir beim Pföhnen. Ich föhne, ich föhne, ich föhne, ich föhne. Das machen wir schon wie ein Model. Was? Das machen wir schon wie ein Model. Was? Das machen wir schon wie ein Model beim Pföhnen. Die Kinder kurz schliefern, kannst du es sehen? Hinsie, warte auf, ich will dir das zeigen, wo ich noch weiterkriegst du kann. Nein, nicht für was? Also, siehst du das, wenn du das suchst, finde ich nur lauter Goldschätze. Schau mal, ne? Okay, ein Kregelschlag! Kregels, geh sofort rüber! Ich weiß das nicht, Kregels! Du dumme Gans, ich zeig's dir mal! So macht man das! So geht das! Kregels, Kregels, Kregels! Das ist dein Schlüssel! Kregels, danke Kregels! Danke, Kregels! Schnell, lass uns wegrennen! Super! Bravo! Nachher weit! Ach du dich, die die Wasserlage war! Ich hatte ein Lanz! 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 Ich hatte ein Lanz!